Hi! Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kattöpfelchen! Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Mini-Spiele mit dem Spiel Britsche Bilders! Hallöchen! Und mit in meinem Team sind die Karu, die Sandrine, also die Blanka und die Emilie Lilic. Hi! Hallo! Hallo! Und es sind noch ganz viele andere Leute hier in unserer Gruppe drin. Ähm, bei uns in der Runde drin. Und wir müssten die jetzt mal so richtig hart wegkocken, also... Vor allem Sassi. Ja, und was? Nein! Ih! Och, nee, nicht schon wieder diese Map. Gibt es eigentlich noch irgendwas anderes als diese Map? Nein. Ja, du musst nur eine andere wählen. Ich brauch Baum. Karu, machst du wieder eine Werkbank? Ich mach eine Werkbank. Ich mach Holz. Gut. Eil. Gut. Ich brauch nur ein Stück Holz. Und ich renne sofort runter. Mach mal, Karu. Karu, wo ist die Werkbank? Da. Nice. Wow, und jetzt muss Lissi essen gehen. Ja, das hat sie gemacht. Deswegen habe ich sie nicht mit in mein Team genommen. Genau deswegen. Wow. Ja, das wusste ich vorher schon. Oh, wirklich? Ich habe nämlich gerade ihre Mutti angerufen. Was? Muss Lissi jetzt nicht essen gehen? Habe ich zu ihr gesagt. Und da hat sie gesagt, ach, das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt mach ich mal schnell essen. Nom, nom, nom. Okay. Nom, 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 nom. Lecker. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom. Der Nom Nom Song. Okay. Leute, ihr müsst den Nom Nom Song revolutioni pupieren. Okay. Leute, hier unten ist ja wirklich gar nichts. Wie? Hier unten sind nicht mal Monster gespawnt. Oh Gott, doch. Das ist doch gut so. Und dann hört man so ein Creeper. Es ist sogar ziemlich viel hier unten los. Aua. Keine Monster. Bang. Rocky ist gestorben. Ja, das waren Special Effects. Natürlich. Okay, Special Effects. Ein Lügenbold. Ich bin ein Kobold. Aha. Oder ein Lügenfred. Das geht auch. Leute, wisst ihr noch gestern die Taktik mit den Eisenblöcken? Ja. Wir müssen die Taktik genau so machen. Ich mach die gerade. Sehr gut. Nice, perfekt. Ich glaube, die anderen Leute wissen das ungefähr genauso gut. Guck, wir haben eine Stimme schon wieder. Ja, Julie weiß, wo die Eisenblöcke sind. Nee, ich weiß es nicht. Julie weiß es aber. Ach so. Aber wir haben Emi, wir haben nicht Julie. Ja, aber das andere Team weiß es dann auch. Ich will tauschen. Hallo? Ich weiß es auch, okay? Okay, ich will doch nicht tauschen. Ich weiß es auch. Der aggressive Zwilling ist besser. Na klar. Jedenfalls in diesem Spiel. Sonst weiß ich ja nicht so. Zeig mir Biss. Was? So, Rocky, wo bist du denn? Ich hab ein Diaschwert für dich. Ich bin hier unten in der Höhle. Ich komme. Ich hab Geschenke für dich. Ich hab auch Geschenke. Caro, du kriegst schon ein Geschenk. Was denn? Billy, hinter dir. Ja. Ich geb dir mal was mit hoch. Hier, nimm das. Pass auf, Kuiper hinter dir. Nein. Boom. Da war kein Punkt. Aber was mit hoch? Ja, da war es. Da war es. Cool. Danke. Oh, du hast mir sogar eine Eisenspitzhacke gemacht. Ja. Glaube ich. Ist die davon? Nice. Au! Dieses beschissene Skeletteu. Du bist auch ein Skeletteu. Oh oui, Skeletteu. Nein. Ein bisschen. Ja, gut. Nice. Okay, dann halt nicht ein bisschen. Ich nehm außerdem noch, also das, was ich so kriegen kann, an türkisem Ton mit nach oben, ja? Da nehm ich gelben. Oh Gott, da rauschelt, da rauschelt irgendwer. Sondri. Hauptsache sie rauscht, wenn sie oui, 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 oui sagt. Jetzt wieder besser. Die Franzosen, das ist nicht gut. Ja. Das mit den Franzosen ist nicht gut. Ich bin nicht Franzose, ich bin Belgier. Okay, gebel. Gugi, gugu. Gugi, gugaga. Gugi. Wieso haben wir Eisen? Wir brauchen kein Eisen mehr. Ich sammle es trotzdem, weil ich es kann. Oh ja. Sonst kommt gleich wieder jemand von den anderen mit einer Eisenrüstung, weil die sich einfach sowas gemacht haben. Ja, dann mach das auch. Ja, wir können auch einfach auf Schnelligkeit setzen und uns nicht an Eisen aufhalten, sondern einfach den den Rest wegknattern. Sich einfach sprengen lassen. Kannst du auch machen, Willi. Ich bin nicht, Willi. Ich bin Mr. Knister. Okay. Haben wir viele Öfen? Nee. Wir brauchen Schein. Ich hab 10 Steine. Es kann außerdem sein, dass ich gleich kurz angerufen werde, weil es Essen gibt, aber ich werde das dann kurz rauszögern müssen. Ich will diese Runde gewinnen, denn es sieht richtig... Warum sind wir eigentlich so weit vorne? Weil wir gut sind. Jana ist voll lang... Ich glaube, die wollen uns die Chance geben, weißt du so. Nee. Beziehungsweise nicht die Chance geben, sondern so die Taktik so von wegen, wir sind zuerst schlecht und dann geben wir den Bauarbeiter alles, weißt du. Ganz genau. Das könnte natürlich sehr gut sein. Okay. Deswegen müssen wir nicht schlecht sein, sondern direkt alles geben. Da machen wir ja. Ich bin nur schlau. Ich sage schlaue Sätze. Warum war da jetzt ein Kichern? Nix. Das wird nix. Das wird alles. Wir gewinnen die ja wohl extrem isig. Na klar. Isig. Ja klar. Aber was? Was? Sag das nicht nochmal, bitte. Oh Gott, wenn das... Oh Gott. Hä? Das wird gestrikt, das Video. Alles klar. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Alles brauchen wir denn noch. Ich hab's gehört. Ich du gar nicht. Wie sie es davon ablenkt. Also ich hab's gehört, aber ich sag's nicht. Nice. So strike ich dich mal mit meinem Baseballschläger ins Gesicht. Wow. Wow. Ein Brutalo. Ich bin echt ein Brutalo. Hallo. Ich muss eben hier mal zeigen, wer hier der Babo ist. Denn sie weiß nicht, wer der Chabo pupst. Was? Alles klar. Du musst immer wissen, wie der Chabo pupst. Weil jeder kennt das Lied. Chabos wissen, wie der Babo pupst. Warte. Alles klar, Willi. Alles. Ich bin heute echt... Oh, Bruchstein. Ich hab keinen Bruchstein. Wir brauchen auch noch einen Bruchstein. Ja, Bruchstein und dann Stein. Ja, ist ja genau das Gleiche. Also ich hab gleich den ganzen Clay zusammen. Okay. Freunde. Ton. Den Ton. Ja, ja, ja. Den Ton, verstehst du? Willi, willst du nicht auf Erze suchen? Ja, bin ich auch. Aber hier unten ist auch ganz schön viel Ton. Ach so, okay. Was doch. Du bist der Einzige, der gerade Erze sammelt. Ja, ja. Ich mach ja. Oui, oui. Oh je. Oh Gott. Was sollte denn jetzt dieses Oh, wie, oh, je heißen? Das sollte Oui heißen. Gar nicht. Bestimmt nicht. Doch. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Nö. Doch. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Dö. Jetzt kommt gleich wieder Do, oui, 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 oui. Doch. 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 Dö. Doch. Dö. So, also ich hab jetzt, glaube ich, noch nicht den ganzen Clay. Ja, ich sammle gerade Stein. Dann bring mal hoch und brenn. Sehr gut. Und wir brauchen dazu noch extrem viele Öfis. Ja, dann sammle mal Stein. Haben wir nicht. Dann sammle mal viel Stein. Okay. Ich hab viel Stein. Ach ja. 36. Und meine Spitzhacke ist kaputt, weil ich so viel Clayfarmer. Deine Eisenspitzhacke? Ja. Oh. Wie gut. Ich hab den nicht umsonst gemacht. Hallo, ich hab damit voll viel Gold abgebaut. Ja, dann ist gut. Warte, ich hab 24 Gold. Das sind immerhin äh fast drei Blöcke. Fast aber, ne? Hallo, warum haben wir nicht so viele Öfen? Ja, weil ich ja jetzt hochkomme und Öfen bauen werde. Ich hab viel gemacht. Okay. Gut. Wir brauchen aber vermutlich trotzdem noch welche. Ich hab noch ein Steck Stein jetzt dabei. Hat irgendwer ist ähm Don't Slap's? Ja, ich hab die. Kannst du die mal abgeben? Wenn jemand in die Öfen was zum Brennen rein tut. Leute, warum ist Team Rot so knapp hinter uns? Ist es nicht. Ist es nicht. Nein, wir müssen schnell weil wir keinen Stein haben. Ja, macht mal. Ich hab den gesamten Clay schon abgegeben. Sehr gut. Steinziegelstufe. Okay, ich mach Steinziegelstufe. Ich hab mal das Eisen rausgeholt, dann können wir noch den Stein weiter. Oh Gott, wir haben ja gar keinen. Was denn? Wir brauchen mehr Holz, sonst können wir nicht befeuern. Ja, dann dann mach dir ne Axt. Hab ich, hab ich, hab ich. Gut. Dann jetzt abschnetzen. Wir müssen schnell machen. Team Rot ist äh, Team Rot ist genau so weit wie wir. Gut. Ja, wir schnetzeln die gleich. Achtung. Willi macht das. Sie sind vor uns. Ich mach das. Nein, sie sind vor uns. Ja, ist doch alles in Ordnung. Dafür haben die sonst nichts. Ja, ja, ja. Das glaubst du. Die haben nichts drauf. Die haben kein Zahnbelach drauf. Was? Das glaubst du, Willi. Die haben Ultrazahnbelach. Jetzt hab ich da gerade Stein reingemacht. Wo ist denn jetzt der Stein hier hin, wo ich da reingelegt hab? Magie. Was hat das Ganze denn jetzt mit Magie zu tun? Tja, das ist jetzt ne gute Frage. Ja. Nächste Frage. Gute Frage. Gut. Ich mach mir mal noch ne Diamant-Spitzhacke. Tu das. Wenn jemand was dagegen hat. Ja, ja, mach so. Komm, wir abwerten sie. Was brauchen wir denn noch? Ich hab's gar nicht. Okay, noch ganz viel Stein, Goldblöcke, Steinziegel, Steinstufe. Ja, Steinstufe hab ich. Also ich muss es nur noch abgeben. Sind das hier Steinziegel? Äh, ja. Die Stonebricks? Ja, so Stone-Dings das. Die Dinger, wo ich hier gerade abbaue, ne? Wie viel brauchen wir davon noch? Äh. 30? Irgendwas über 50, 60 Stück, ne? 50. Das ist noch nicht. Gold. Ich schau, ob in der Höhle noch mehr Gold ist. Ja, das probier ich auch gerade, ob noch Gold in der Höhle ist. Aber ich hab jetzt bis jetzt nur noch 5 gefunden. Ne, mehr Gold ist nicht da. Dann haben wir aber schon 3 Blöcke. Das reicht doch schon. Ist doch schon mal gut. Ich hab noch 4 Gold hier. Er braucht Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Klaus. Ja, aber nicht so weit. Ja, die haben vielleicht auch ja schon viel abgegeben. Aber es ist ja nicht. Niemals. Guck mal, ich seh ihre Liste nicht. Karo, nee. Hat jemand eine Enderperle oder sowas? Weil das war letztens eine sehr gute Taktik. Woher hätte ich die Enderperle her? Aus, von dem Enderman. Nein, hab ich nicht. Hätte ja sein können. Nein. So, ich leg mal alles, was ich hatte. Gold, Stein. Hat noch irgendwie ein paar Gold? Ich hab noch 2 Gold, aber der Rest ist ja im Ofen. Aber wir brauchen mehr Gold. Huch, da muss ich mal ganz kurz husten. Dann husten. Ähm, 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 ähm. Ich lauf gerade panisch durch die Gegend. Brauchen wir noch mehr Stein? Ja, Stein. Ja, Stein sammeln, Rocky. Hier, Karo. Oh nein, das war falsch. Hier, nimm das. Renn einfach durch jetzt. Mensch. Wir brauchen mehr Stein. Karo steht da wie so ein Ochs vor den Berg. Ähm, muss ich da jetzt durchrennen? Ich wollte, dass du das Schmied wieder nimmst. Okay. Ja, ich füll das hier mal nach. Ach nur noch. Warum ist hier unten nix drin? Wir könnten hier unten noch Steinfarm brennen, tun. Ja, dann tun wir das jetzt. Gut. Ich habe keine Spitzhacke. Dann mach dir eine. Wir haben keine Ressourcen mehr dafür. Dann mach dir trotzdem eine. Ich habe da unten jetzt Eisen reingelegt, Popeisen, bum bum. Haben wir noch einen Goldblock eigentlich? Also, ich habe schon drei abgegeben. Nee, da stehen nur zwei. Ja, den dritten habe ich jemanden für den Tag. Jetzt habe ich drei abgegeben. Ich hoffe, mein Bruder kommt jetzt nicht im einste Mal gerannt. Sag, dass du das nicht bereitst? Ich habe gerade Déjà-vu. Alle ersten Korrektives waren gerade alle gleichständig. Gleichständig? Ja. Ständig gleich? Ja. Ich glaube, der hat gehört, was ich gesagt habe. Keine Ahnung. Wenn nicht, muss ich mich schnell muten. So, ich farm hier noch ein bisschen Steini. Habt ihr hier noch die Öfen voll gemacht mit Steini? Ich glaube schon. Ja. Ja. Komm noch ein bisschen, dann kann er anfangen, was anderes zu bauen. Warte mal ganz kurz, ich gebe meinem Bruder nur Bescheid zu sagen. Wir können nicht warten. Los, 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 los. Es gibt keine Warterei. Weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt kann er wieder weiterfahren. Nice. Nice. Wie viele Steine brauchen wir noch? Ich habe noch zwei Öfen gemacht. Haben wir kein Gold mehr? Wie viele Steine braucht er noch viel? Nee, wir haben kein Gold mehr. Dann hole ich jetzt Gold. Ah, ich habe schon eins gesehen. So, ich bin wieder da. Oh, ist das spannend. Aber wir haben gerade gut vorgelegt. Ja, weil der jetzt... Aber wenn die jetzt gleich den nächsten Ruck kriegen, dann wird es wahrscheinlich bei denen auch wieder mehr. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall... Nein. ...jemanden, der... Hat jemand von euch eine Axt oder so irgendwas? Nein. Ich habe noch eine Axt, aber die ist nicht... Dann kümmere ich mich da drum. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Brennmaterial. Und ihr guckt, dass die Öfen mit Steinen voll sind. Und macht noch zwei neue Öfen oder so. Emi, sammelst du gerade Stein? Je mehr Öfen rennen, desto besser. Ich suche Gold, aber ich finde keinen Stein. Ja, hier ist... Wir müssen warten, bis was Neues spawnt. Dann spawnt denn was Neues. Ja, bis das im Chat steht, dass was Neues gespawnt ist. Oh, sorry. Bei 40 Minuten, wenn du rechts guckst. Nach drei Minuten müssen wir warten, bis Neues spawnt. Dann nehme ich zu lange die Steine. Ja. Wie viel brauchen wir denn noch? Der steht hinter dir auf der Liste. Am Stein brauchen wir noch 40. Okay, dann... Hier links oben ist nichts drin. Da könnt ihr noch Stein reinlegen. Noch ein Stack Steine, dass wir... Unterwegs. Ich habe ein Stack. Beziehungsweise unten links ist auch noch was drin. Dann müssen wir... Dann muss das Steine noch brennen. Dann müsste es gehen. Go, go, Team Grün. Go, go, Power Rangers. Also ich habe jetzt einiges an Holz nochmal gefarmt. Wir sollten jetzt gut weiterkommen. Gut. Dann musst du jetzt nur noch schneller bauen. Oh, go. Momentan sind wir weit vorne, Leute. Oh, guck mal auf Stein. Immer schön dran denken. Wir sind weit vorne. Noch zehn Steine. Und ein Goldblock. Ich habe zwei Gold. Goldblock, ich gucke gerade rüber. Wir nehmen immer noch auf, Leute. Ja, ja, wir sind weit vorne. Sehr gut, Willi. Ich bin gut. Ich muss mich mal kurz... Ich muss mich mal kurz töten. Wann haben wir es? Ich habe gerade in die Dingens reingelegt alles. Fünf Steinen will er noch. Ich fall da runter. Tschüss. Er hat genug Steinen. Er will keinen Steinen mehr. Sehr gut. Noch einen. Dann können wir den Steinen aus dem Ofen nehmen. Go, go. Go, 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 go. Dann brauchen wir nur noch einen Goldblock. Oh ja, ich werde angerufen. Moment. Ich habe zwei Gold. Ich brauche jetzt... Wir müssen jetzt warten, bis neues Gold... Und... Okay. Ich habe perfekt alle davon abgelenkt, was ich gerade mache. Mit einem freundlichen Ich-Komme-Gleich. Oh, toll. Oh Gott, jetzt dauert es aber noch zwei Minuten. Los, Leute. Wir müssen uns einen Goldblock cheaten. Aber in zwei Minuten. Und ja, neuer Erz, ich habe noch zwei Goldbarren. Ja, dann muss er jetzt noch bauen. Ich gehe mal schnell gucken, was... Der Teleporter sagt. Eine Minute. Wow. Geh mal rot schnetzeln. Aber ich habe ja gar nicht... Caro, gib mir mal gerade das Diamantschwert, bitte. Ja, komm her. Ja, da bin ich. Hi. Ja, komm her. Nimm es. Hab ich. Schnetzeln. Hat jemand eine Enderperle? Nee. Immer noch nicht. Nö. Apple Pen. Ich gehe mal runter warten. Leute, eine Minute zwanzig. Ich warte gespannt. Du wartest gespannt. Na klar. Und du bist nicht verspannt, denn du bist Caro. Oh, 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 oh. Caro. Wow. Ich bin toll. Echt so. Das ist creepy Lache. Das war keine creepy Lache. Wir brauchen eigentlich nur noch sieben Gold, ne? Oh, vier Sekunden, Leute. Passt auf, falls da jetzt jemand kommt und dann... Oh, da ist was kaputt gegangen. Wo bin ich? Ich bin bei Gelb. Mist. Wir brauchen noch sieben Gold. Kein Schnetzel, Gelb. Und ich wurde geschnetzelt. Oh. Ich weiß nicht wie. Ich habe den nicht getroffen, aber ich wurde geschnetzelt. Sieben Gold. Perkka. Wir brauchen Gold. Noch 28 Sekunden. Hier ist kein Gold. Hier ist auch kein Gold. Ja, warte. Da ist nirgends mehr Gold. Moneten. Money. Moneten. Moneten. Wir brauchen nur sieben Gold, ne? Moneten, Moneten. Zeben Gold. Dreizehn, zwölf. 여ipz. Los, Team. Acht. Sieben, sechs. Fünf. Vier. Fünf. Zwei. Eins. Los geht's! Ja! Gold! Ich habe eins. Eins. Drei. Zwei. Bring hier rauf zum Brutzeln. Ich habe drei. Wenn jeder zwei oder drei hat, dann reicht's. Los, los, los. Und denkt dran, jeder einen Ofen. Jeder einen Ofen. Freunde. Jeder einen Ofen. Meiner ist in dem Ofen. Meine auch. Meine auch. Das kriegen wir hin. Das ist prima. So, ich leg das mal in die Kiste hier. Warum brennen nur fünf Öfen, wenn wir sieben Gold brauchen, Leute? Irgendwo verstehe ich die Logik nicht. So. Caro, wer nimmt das Gold? Ich nehm das Gold. Schnell. Nehmt. Ich muss ein Block machen. Emi hat gesagt, sie nimmt es. Hast du es? Nimm es. Ja, 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 ich mach ein Block. Mach ein Block. Mach es. Bevor er sich wieder nach oben baut. Mach schnell. Ja, ich mach es. Renn. Ich laufe, ich laufe. Ja. Kommt entgegen. Ja. Ich glaube, wir haben gewonnen, Leute. Sehr gut, Team. Jetzt geht gleich hier vorne so eine neue Liste auf. Fertig. Weitermachen. Caro, guck mal. Ich kann hier runterfallen. Caro, guck. Oh, die haben noch was auf ihrer Liste. Caro, dreh dich um. Dreh dich um. Willi, nein. Guck, ich kann hier runterfallen. Ich kann aber auch wahlweise darüber springen. Achtung. Was tust du? Das wird einfach nie langweilig. Wow. Oh, gehen wir wie jemand schnetzeln? Ich hätte so Lust. Ja, das geht nicht. Wo ist denn der Teleporter? Da oben in dem Haus. Da oben in dem Haus. In dem Haus hast du vergessen, Emi. Okay. Okay, ich würde mal sagen, wir haben die Runde gewonnen, wa? Ja. Eigentlich muss nur noch unser Bauarbeiter hier in irgendeiner Art und Weise doof machen. Wo ist denn hier? Ah. 17 Sekunden kann ich sprechen. Tschüss. Nein, Caro, nicht. Du stirbst wieder. Okay. Nein, Caro, bitte nicht. Du kannst dann mitkommen. Nein, nein, das geht nicht. Es wird immer noch eine Teleporter. Geh da raus, bitte. Nein, geh da raus, bitte. Drei. Hallo, geh da bitte. Eine. Caro, ich werde sterben. Wo bin ich? Bin ich bei Jana? Ja, ich bin, oh Gott, ich bin bei den anderen und fast gestorben. Rennst du bitte jetzt nur noch um die Insel rum? Och, Caro. Nochmal. Aber sie hat noch drei Sterne, äh, Sterne, genau. Als ob sie sowas Hochwertiges hat wie Sterne. Jana, schließe ich ab. Erstmal muss sie treffen. Ja, die Olle. Oh, hat sie. Tatsächlich. Willi, kommst du mit, 30 Sekunden. Mach schneller. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. Los, los, los. Wie sie warten. Ich werde Sassi abschnitzen. Mach das bitte. Yay. Oh, da kommt sie. Die Olle wurde getötet. Ja, die Verlierer. Ja, Caro, es ist erlaublich, dass ich Sassi abschnitzen darf. Ja, darfst du. Auf jeden Fall. Okay, guck mal, er macht den letzten Schliff. Letztschliff. Lastschliff. Woher, 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 woher. The last of Schliff. Uh. Was macht er denn jetzt? Ach so. Ja, die Goldblöcke noch. Ja. Und dann sind wir fertig. Guck, wie er rennt. Wie wir gewonnen haben. Wow. Einmal das Team Schrei, bitte. Ja. Ja. Okay. So, ich gehe jetzt essen. Ich würde mich aber erst mal bedanken fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar und eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und das ist bestimmt auch schon morgen. Bis dann. Tschüss. Sag dir bitte Tschüss. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja. Nein. Ja.